Ach, Post zu Weihnachten. Ach, da sind sie ja. Ja, ich hoffe, Sie haben schon alles gepackt. Den Weihnachtsbaum auch schon fertig für übermorgen. Ja, so ist es halt. Ich bedanke mich bei über 100.000 Zuschauern, die unserer Seite treu sind und auch, ich hoffe, es treu bleiben. Noch ein Versprechen kann ich Ihnen geben, bevor dieses Jahr zu Ende ist, und das ist noch wirklich nur ein paar Stunden, ist auch endlich der Film da. Aus Berlin. Zwei geschnittene Teile. Auch wenn es die Leute wenig interessiert, wie ein Schweinebraten schmeckt, der Wirklichkeit ein Spießbraten war. Aber zu meckern hat ja jeder was. Auch bei den Leuten, die mich anonym anrufen, nachts und dann auflegen. Die guten Freunde, die sich melden, wenn das Auto kaputt ist oder die einen mit dem Arschtritt belohnen, für die habe ich noch ein ganz besonderes Geschenk. Mein Vater ist zu Weihnachten gestern mit 85 gestorben. Das ist mein persönliches Weihnachtsgeschenk. Ja, ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie uns gewogen treu und dass nicht noch mehr Leute von uns gehen müssen. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018